Tief und wieder hoch. Und eigentlich ist das eine funktionelle Übung, eine Mobility-Übung. Und die ist super, super anstrengend für den unteren Bauch. Und du brauchst Beckenboden, um hier überhaupt hochzukommen. Ne? Wenn das für dich gar nicht geht, mach ein bisschen mehr meine Rückenfit-Stunden oder meine Beckenboden-Stunden. Und ein bisschen noch.